morgen da bin ich wieder okay also ich bin da schneide jetzt für euch die blog von gestern die läuft auch auf dauer strom bei uns hier ok dann gucken wir jetzt nach dem geschnittenen hier letzter moment und abgepasst gerade heute sehr gut jetzt immer noch auf bearbeiten dann ziehen wir den knucki hier zusammen überschreiben das ganze ziniton sprung nach oben zack weil ihr wollt ja immer ein bisschen lauter haben da machen wir produzieren und dann gehen wir auf 981 981 völlig speichern starten also jetzt schnell natürlich schnell weil er hat es ja gerade eben schon mal gerendert danach zieht diesen blog auf diesen stick und diesen stick weil der ja nicht mehr mit dem internet verbunden muss ich dann in meinen anderen laptop einspeisen und dann kann ich hochladen jetzt ist es 12 uhr und ich muss jetzt im keller das ist nämlich noch mein dilemma deswegen kann ich euch heute abend erst hochladen ich werde aber noch auf kopieren drücken schnell und wieder eine minute zu spüren und da ankommt ist verdammter so ist das mein leben stress ich bin seit heute morgen aktiv also klatsch fertig jetzt geht auf links also sehen wir uns gleich im keller bis gleich so kopiert ist oder hat macht er jetzt jetzt in keller ein kaffee und den rest schauen wir noch oder hast mich das ist dieser form drink unser mit kaffee hier nicht ohne also das wichtig ist doch mal bald muss man mich auch machen ich habe noch so viel zu tun so viel im kopf dann werde alles nicht schaffen hat der typ bezahlt mit den zu heften schon muss ich mir mal rausschalten was das ist damit ich holen kann ich muss jetzt zur arbeit und du hast deine arbeit schon gemacht deine seite ok und alle anderen nicht rausgekriegt was noch zu machen ist ich wollte sagen eigentlich wollte ich sagen dass wir mit unserem herrkulässchen weiter machen wir eigentlich haben wir eine dicke liste wie hier zu sehen nachzuarbeiten also es sind ein paar punkte hier die zu machen sind aber ich habe ja schon sozusagen das hinterrad oder das vorderrad schon fertig und das würde ich jetzt erst mal einhängen dass es schon mal drin ist so bei dem schicken rad hier soll ich helfen reifen aufzuziehen und dabei habe ich jetzt festgestellt dass die schaltung gar nicht richtig funktioniert gehen gar nicht alle gänge rein wahrscheinlich ist auch das eines der gründe dass ich mal hier schnell hinten reifen aufmachen soll weil reifenwechsel kann ja eigentlich da selber naja und die speichern ich glaube die leute kommen schon her weil sie wissen dass ich das noch nebenbei einfach so mache aber das ist ja auch so ein ding also zum rad anlaufen ziehen mal reifen auf dann stellt sich raus das rad ist total klumpen nur ein reifen aufziehen das wäre eigentlich fahrlässig wenn man nicht mal eben bei den ganzen anderen männern geseitigt und am ende könnte man sagt oder nur dass so ein reifen aufziehen hatte ich ja schon immer ja also nicht nur einmal aber ich meine jetzt hatte ich schon alles gehabt dass die leute nicht so diskutieren naja ich hab dann reise in das dritten und wird noch zu machen und ohne wird hat die ursprüngliche reparatur keinen sinn keine ahnung zum beispiel wie die bremse ganz verliegen haben sie hinten einstellen bremsverläge erneuern und dann siehst du das hinterrad ist so eine acht oder so da musst du zentrieren das musst du machen weil ansonsten kannst du die bremse nicht einstellen da musst du die bremsverläge nicht erneuern also muss man halt machen so wenn man dann sogar versucht anzurufen und die einigen ist nicht erreichbar man wird aber ein uftragung wie verjahren was soll man machen man versucht zwei dreimal anzurufen generell erreichbar dann macht man es einfach hat man schon eine nummer und das liegt nicht und dann kommt bei der abholung so naja das wollte ich doch ja nicht ich sollte doch nur bremsverläge tauschen und die bremse einstellen aber eben nicht ohne das andere die schwierigkeit dabei so der gute mann hat nämlich hier neue reifen hier mit dem wasser an hinterher jetzt weiß ich mir anders ich mache es nicht gleich mit wenn die mit der sagen wo und die sprechen sind alle locker obwohl alle nicht aber ein paar die ganze laufen sollte man acht zentriert werden oder biete schon bald weil ich natürlich nicht was gleich ja ich bin mir umsacke ey mann mann tommy verdien doch mal aber wenn man mal mitmacht mitmacht, ist ja kein Problem, es geht ja nicht das kann man doch nicht so lassen ey, wird mir übel, übel, schweig übel so wird jetzt gleich alle nachgezogen, ein bisschen eingestellt hallo, leider ein Radkorb für vorne, den haben wir leider nicht, zumal nicht bei einer Federgabel da gibt es wahrscheinlich Opa für Federgabel und Körper und so für vorne, hab ich nicht da-da-da Yay uhh uhu Oh, oh! Oh ja, dann mischt ich von Züte auf. Ui, ah... Ein schöner Wailing drin. Inholt bitte. Topp, topp, topp! Komm mal mit, schauen wir mal. Boah, ist jetzt schön, wie mir das zu verkaufen, kriegt die Fahrt, kostet das, ah, ist das ein tolles Rad, hm, eh, wo ist das Rad, nein, du musst das Rad, weg, verschollen, weg, hin, fort, wusstet, eh, wo ist das Rad, Pegasus, hä, wo bist du, rade, Boah, boah, immer alles, Zucker 300, ha, haben wir aber auch alles gemacht, wa, alle Züge, alle Belege, Antrieb, einmal komplett inklusive Tretlager, Das ist ein bisschen was So, da ist er wieder, nächstes Rad, ein wunderschöner Rad, ein Bismarck gehalten, schaut mal hier, echt toll, echt super, mit so einem Doppelrohrrahmen Ja, und das geilste, genialste daran sind die innen verlegten Züge, hier, da verschwindet er in diesem dünnen Rohr, und da hinten kommt er wieder raus Wie genial, da denkt man, ist das alles eine neue Erfindung, sozusagen, hier seht ihr mal, am Beispiel, ist auch eine Stammkunde, da habe ich schon öfter was repariert an dem Rad, jetzt sind die Züge nämlich mal fällig, und jetzt muss ich die an diesem Bismarck, an diesem wunderschönen Bismarck, diese alten Züge müssen jetzt mal raus, letztlich, und dann müssen jetzt neue rein, Das werde ich jetzt mal probieren, ja, wunderschön, hier die Muffen auch, und das ist echt schön gemacht, ist gut gebrauchtes Ding, das ist jetzt keine, ähm, ja, Sammlerschönheit mehr, oder so, aber es ist noch die original Lampe dran Schlicht und ergreifend, ein schönes Rad, schaut mal hier auch die Narbe, mit dem gelochten Flansch, toll, oder? Ha, geht das leicht, das ist so genial, gut das Material, ach, ich sag's jedes Mal, immer das gleiche, drumherum wie noch wurstig, quatscht immer das gleiche Quark, ja, ich mag ich Leute, tauscht öfter mal eure Züge, und wenn ihr sie tauscht, nehmt das teurere Material, fertig Die 10 Euro liegt mehr, kostet vielleicht, pro Zug. Egal. Dafür vernünftig bremsen. Feierabend. Hehehehe. Ist auch noch Wolfgang an der Backe, gerade, der ist gerade gekommen. Guck mal, Wolfgang mit Sicherheitsabstand. Da drüben steht er. Hallo Wolfgang, wink mal Wolfgang. Hallo. Und der lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Hallo Wolle, den haben sie alle. Richtig cool. Der ist schick. Ja, der ist so, vor allem mit der schrägen Krempel. Style. Style-o-Mailo. Yeah, Wolfgang. Wolfgang, wie geht's hier? Hier. Hier ist doch links. Ja, und heute ist scheiße oder weiter? Ja. Und morgen ist ja auch nicht mehr. Naja, Feierabend für heute auf alle Fälle. Also macht's gut. Bis morgen. Ciao, sagt der Tommi.